Hallo Leute, ich bin LeganKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Callouts auf der Minimap bekommt. Und zwar geht ihr einfach, also ich habe es jetzt hier von zipshare.com runtergeladen, einfach auf Download gedrückt und sobald ihr den Ordner dann gedownloadet habt, öffnet ihr den und ja, Winra will ich jetzt nicht kaufen, wir schieben das mal hier zur Seite und geht dann einfach in euren Steam Ordner, drückt dann auf Bibliothek, macht dann ein Restklick auf Counter-Strike, auf Eigenschaften, dann hier oben lokale Daten anzeigen und dann lokale Daten durchsuchen. So, dann öffnet sich das hier, ich verschiebe das Ganze mal so ein bisschen, so zack, dann geht ihr auf CSGO, geht dann auf Resource, geht dann auf Overview und hier seht ihr schon die ganzen Minimaps, die habe ich mir alle markiert und in einem Ordner gespeichert, den habe ich einfach alt genannt, könnt ihr auch irgendwie Backup nennen, wenn ihr wollt und ja, und ich habe mir den Ordner erstellt, aber keine Sachen da reinkopiert, auch genial. Okay, zum Glück hatte ich es noch alles gespeichert. Also wie gesagt, einfach am besten, wenn ihr wollt, alles markieren, kopieren und dann erstmal so ein Backup machen und dann könnt ihr einfach die Dateien, die ihr runtergeladen habt, die markieren und einfach in den Ordner reinschieben, drückt dann Datei im Ziel ersetzen, einfach OK und schon habt ihr die ganzen Calls auf der Minimap. Ich werde euch das gleiche Ganze nochmal ingame zeigen. Was war das, habe ich gerade gesagt? Ich werde euch das gleiche nochmal ingame zeigen, so, also ob es wirklich funktioniert hat und ja, dann bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier live ingame, ich habe es noch nicht ausprobiert und ja, wir werden jetzt sehen, ob es funktioniert hat oder nicht, nachdem ich an der Seite beigetreten bin, aber ihr könnt euch sicherlich denken, dass es funktioniert hat, sonst würde ich das Video hier nicht hochladen und ja, es funktioniert. Seht ihr oben auf der Minimap, ich bin gerade Short A, unten ist Mid, hier ist Catwalk, hier ist Long, Car, Rampe und ja, wenn ihr aber halt Map spielt, die ihr nicht so gut kennt, dann ist das halt eine gute Methode, ja, die ganzen Callouts schnell zu lernen. Das ist auch, ja, finde ich eigentlich relativ praktisch. Ich vergesse auch gerne mal, wie Sachen heißen und ich gucke gerade, finde ich irgendwie auf die schnellen, dass man das Radar größer machen kann. Auf jeden Fall seht ihr hier, hier ist ja halt jetzt von dem, die ganzen Calls kann das sein, dass ihr Team die anders nennt. Das sind halt gerade von dem Typen, der das erstellt hat und ihr seht ja halt, Blue ist hier, hier ist Long Doors und hier Outside Long Doors und hier links, seht ihr, auf der Map steht auch, wie der Typ heißt und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!